Hey Karo, du hast mal gesagt, dass du nicht denkst, dass im nächsten Bärenmarkt bzw. XRP um 90% fällt. Das würde doch heißen, dass XRP von 10 bis 16 Dollar nicht mehr auf den jetzigen Preis fallen würde. Genau das würde es bedeuten. Davon gehe ich aus. Was wird aber tatsächlich passieren? Wissen wir nicht. Wir können nur spekulieren. Darum sagen ja einige, ja dann ist es doch gar nicht falsch jetzt schon XRP nachzukaufen. Wenn man es vorher noch nicht gekauft hat, also wenn ich jetzt noch keine XRP besitzen würde, bzw. wir, dann hätte ich jetzt Dollar Cost Average betrieben. Ich hätte jetzt zu diesen Preisen, also XRP hat ja auch so eine ähnliche Korrektur hier gemacht wie Bitcoin, ich hätte jetzt zu diesen Preisen hier unten hätte ich auf jeden Fall nachgekauft. Einfach Dollar Cost Average betreiben. Wäre ja nicht. Durchschnittspreis, den man gekauft hat, immer weiter nach unten korrigieren. Bis der Ausraster irgendwann kommt, dann auscashen. Und wenn das dann wieder richtig fällt im Bärenmarkt, tief wieder einkaufen. Die Coin-Anzahl, die man hatte, verdreif, 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 verdreif oder verdreif. Verzehnfach.